Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch. Der Wald ist ein besonderes Wesen von unbeschränkter Güte und Zuneigung, das keine Forderungen stellt und großzügig die Erzeugnisse seines Lebenswerks weitergibt. Allen Geschöpfen bietet er Schutz und spendet Schatten, selbst dem Holzfäller, der ihn zerstört. Und damit herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Tele-Stammtisch. Wir besprechen heute den deutschen Film Milchzähne, der zu, ja würde ich sagen, also der nicht wenig im Wald spielt und das mache ich natürlich nicht alleine, das mache ich mit Paul. Hallo. Hallo zusammen. Ich bin Johannes. Milchzähne startet am 21. November in den deutschen Kinos, basiert auf einer Romanvorlage, die den gleichen Titel trägt. Und Paul, du kannst uns verraten, worum es im Film geht, korrekt? Ja, und das Ganze ist nicht nur ein Debütfilm von der Regisseurin, die wir hier haben, von Sophia Bösch, sondern es ist auch ein Debütroman, der hier zugrunde liegt, der von Helene Bukowski, der 2019 erschienen ist. Und der Film und auch das Buch dreht sich um eine junge Frau namens Skalde, Die lebt in einem recht abgelegenen Dorf, ist die Tochter einer, ja, Außenseiterin, mittlerweile selbst aber in der Dorfgemeinschaft anerkannt. Und eines Tages findet sie ein Kind in dem nahegelegenden Wald, das auf die Frage, woher kommst du mit, über verbrannte Felder antwortet. Erst ist galt etwas unschlüssig, was sie denn tun soll, dann nimmt sie das Kind aber bei sich und ihrer Mutter zu Hause auf. Und das, obwohl die Dorfgemeinschaft eigentlich keine Fremden bei sich duldet. Und als die Leute und auch der Dorfvorsteher davon erfahren, spitzen sich die Geschehnisse um Skalde und Maces bedrohlich zu. Wunderbar. Du hast jetzt ja eigentlich schon fast ein bisschen mehr erzählt, als der Film am Anfang erzählt, weil er ja eigentlich so ganz ohne Erklärung erstmal einsteigt. Wir sehen so ein bisschen den Wald, wir sehen Skalde, die halt den Wald erkundet und auch das junge Mädchen, was sie dann treffen wird. Wie fandest du denn diesen Einstieg, der ja auch so mit so, ja, Naturaufnahmen mit, sagen wir mal, sehr krasser Tiefenunschärfe arbeitet? Das ist, ich weiß nicht, die letzten Jahre immer wieder mal der Fall, dass der Wald, es scheint ein verlockendes Mittel, Erzählmittel auch hier in Deutschland zu sein. Mir ist es jetzt vor allen Dingen erst in den letzten Jahren so, also mir fallen jetzt auf Anhieb bestimmt drei, vier Filme ein, die irgendwie alle diesen Wald, einer heißt sogar Wald, der lief, glaube ich, letztes Jahr, der diesen Wald so ins Zentrum rückt oder als einen Schauplatz so mit in den Fokus rückt. Und ich habe erst gedacht, okay, jetzt geht es auch da wieder in so eine Richtung, wo es vor allen Dingen um eine Beziehung zwischen den Menschen und den Wäldern geht. Aber der Film bricht ja dann noch so ein bisschen auf und zeigt, dass es dann doch vielleicht mehr um das Dorf oder um die Gemeinschaft, die dort lebt, geht. Das stimmt. Ich finde, durch den Wald und allgemein durch die Bildsprache wurde zumindest ganz gut gezeigt, wie abgeschieden dieses Dorf lebt. Das wird ja auch immer wieder kommuniziert, dass diese, das ist eine sehr eingeschworene Dorfgemeinschaft, die sind sehr skeptisch gegenüber den Fremden. Und man weiß ja auch ehrlich gesagt nicht, was jenseits des Waldes beziehungsweise jenseits von irgendeiner Grenze ist, die aber ja auch nicht näher definiert ist. Also es gibt irgendeine Grenze, aber wir wissen auch nicht, wo sie ist und wir wissen auch nicht, was los ist. Ja, und das, und da finde ich, da sieht man eines von vielen so kleinen Märchenanleihen, Märchenmotiven, die dieser Film oder die diese Erzählung hat. Ich weiß nicht, wie es, ob das im Buch noch dichter erzählt ist. Ich finde, hier ist es auf eine sehr, ja, doch eher oberflächlichere Art und Weise. Aber dieses erst mal losgelöst vom Rest der Welt oder auch vom Rest der Zeit. Es spielt jetzt nicht irgendwie in der vergangenen Zeit oder im Mittelalter, aber es ist schon so ein bisschen nicht eindeutig, wo und wann das genau spielt. Das stimmt, ne? Ich glaube, im Pressetext steht da auch sowas von, ich glaube, naher Zukunft. Also man könnte es vielleicht ein bisschen so eine, weiß ich nicht, so ein dystopisches Setting packen. Ja, ich habe auch was gelesen von Postapokalyptisch, habe ich auch gelesen, ja. Aber eigentlich wird das gar nicht so beschrieben. Also ich musste auch so ein bisschen an The Village denken von M. Night Shyamalan, wo ja auch so eine enge Gemeinschaft zusammenlebt und auch von so einer Bedrohung von außen beschrieben wird, und dass sie sich da halt anders äußert als hier. Wie hat die denn hier diese Dorfgemeinschaft, wie die geschildert wird, beschrieben? Weil einerseits ist es ja schon so, ne, die kennen sich alle, die sind auch nett miteinander. Andererseits ist es ja schon so ein hierarchisch geordnetes System. Ja, da passt vielleicht auch so ein bisschen das Postapokalyptische wieder rein. Irgendwie, es hätte auch so eine Version von The Walking Dead teilweise sein können, aus den ersten Staffeln, wenn es darum geht, so wie sich genau die Menschen nach so einer Katastrophe irgendwie neu organisieren. So die Assoziation hatte ich da auch. Und letztendlich, ja, ich fand das ganze Dorf an sich oder auch die Figuren, die darin eine Rolle spielen, mehr Mittel zum Zweck, als dass ich sie jetzt als echte Figuren oder so empfunden habe. Denn letztlich geht es ja darum, hier diesen Zwischbald oder diese Gemeinschaft aufzumachen. Von wegen, diese eine Gemeinschaft, die hat die und die Regeln, die befolgt das und das und schottet sich gegenüber allem anderen ab. Und in dem Fall kann ich jetzt gar nicht so viel zu dieser Dorfgemeinschaft oder so an sich sagen, weil es für mich einfach nur dafür da war, um diesen Kontrast, und da bin ich auch wieder bei so ein bisschen bei schlicht oder plump, diesen Kontrast von wir sind hier und die anderen sind da draußen, die wollen wir von uns fernhalten, mit denen wollen wir nichts zu tun haben, um den zu illustrieren. Und weniger als eine Gemeinschaft oder so, die sich entwickelt oder als Figuren, die dort leben. Ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast. Ich bin da ganz bei dir. Man sieht ja vor allem auch, also es gibt auch jüngere Personen in diesem Dorf, aber man sieht vor allem ältere Leute, die auch das Sagen haben. Es gibt wirklich so einen Stillstand. Und ich finde auch, also ich mag Ulrich Mattis als Schauspieler sehr gerne, aber das ist schon so ein gewisses Typecasting, dass er gerade den Dorfvorsteher spielt, weil er ja schon so ein, also er sieht halt schon aus wie so ein Willen. Also es ist klar, also ich finde, der kann auch irgendwie so was Väterliches und irgendwie was Warmherziges haben, aber da ist schon immer so eine gewisse Bedrohlichkeit drin. Und das passt halt schon dazu, wie sich der Film dann entwickelt. Total. Und genau, also der Film entwickelt sich das. Ich weiß gar nicht, ob man da groß spoilern kann, weil ich finde, es ist relativ klar, was auch passieren wird. Wir haben quasi die drei Frauen unterschiedlicher Generationen, die da so ein bisschen außen vor stehen und dann auf der anderen Seite das Dorf. Wie, also du hast schon plump gesagt, ich würde sagen, das gilt auch für den weiteren Verlauf des Films, oder? Der stellt halt diese Othering-Prozesse auf eine, ja, sehr einfache Art und Weise da und taucht da gar nicht so tief in die, in so tiefer liegende Strukturen rein, auch weil die Welt drumherum, weil das Worldbuilding ja sehr zurückhaltend bleibt. Und auch wenn über, wenn über die Fremden oder wenn über das Schicksal von dem Kind gesprochen wird, dann ist das alles so, es ist alles so vage. Du hast nie diesen Moment, wo das Ganze mal mit etwas mehr Informationen unterfüttert wird und man vielleicht da noch tiefer eintauchen könnte, hatte ich zumindest das Gefühl. Ja, voll. Also ich finde einerseits ist das ganz clever, dass ganz viel irgendwie nur angedeutet wird, weil dadurch hat die Geschichte ja irgendwas Universelles, aber es fehlt dann halt auch so eine, also es fehlen so markante Dinge, weil, also natürlich ist die Frage, wie neu muss immer ein Film Dinge erzählen, aber alles, was dieser Film erzählt, mit diesen Gruppendynamiken, mit dieser eingeschworene Gemeinschaft, die irgendwie abseits der Zivilisation lebt und wenn du den Werten, den Normen halt irgendwie entgegenstehst, dann wirst du halt ausgeschlossen. Das ist ja ehrlich gesagt nichts, was es nicht schon mal gegeben hätte, ne? Ja. Und ja, und da bin ich irgendwie unsicher, also ich kann schon verstehen, also man kann das natürlich zeigen, ist die Frage, und ich glaube, du siehst es auch so, der Film macht daraus dann doch zu wenig, ne? Ja. Ja, auch weil er viele Themen anreißt, aber viele Themen dann halt nur so mal ankratzt. Also klar, wir haben hier die Fremdenfeindlichkeit, wir haben das Außenseitertum von Skaldes Mutter, wir haben einen Generationenkonflikt, ja auch, wir haben das Machtgefälle von Mann und Frau, was natürlich alles irgendwie zusammenhängt und jetzt nicht einzeln auch einfach so voneinander betrachtet werden kann, aber das ist alles, was hier stattfindet und da hätte ich mir vielleicht entweder eine Vertiefung von einem der Themen oder eine Vertiefung von diesen Märchenmotiven oder von so düsteren Gruselthemen, Mystery-Elementen gewünscht, aber auch die bleiben hier seicht. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Also ich finde, so, also der Film ist ja klar ein Drama, würde ich sagen, der geht nicht so, also der greift immer mal wieder so Genremotive auf, aber der geht nie ins Genre rein. Und ich hätte gedacht, Genrefilme können, finde ich, gern mal irgendwie plump und irgendwie oberflächlich sein, weil dann in der Drastik vielleicht bestimmte Sachen gezeigt werden, aber das macht der hier ja nie. Also es gibt mal so kleine Gewaltspitzen und es gibt halt auch immer so diese Mystik von diesen angeblichen Wölfen, die quasi das Dorf irgendwie infiltrieren, aber da wird ja nie drauf eingezahlt und das fand ich dann schade und für den Ansatz hätte es dann komplexer sein müssen, würde ich sagen. Ja, ja, definitiv. Wie fandest du denn die Inszenierung? Weil der versucht ja schon, der ist ja sehr langsam erzählt. Ich weiß nicht, ob man da, ne, das Wort Slow Burn wird ja, glaube ich, inzwischen sehr gerne genutzt bei allen Filmen, die irgendwie nicht den gängigen Erzählrhythmus, ja, passen. Aber hat dich das zumindest mitgerissen? Also ich finde, der versucht ja schon so, weiß ich nicht, so was, ne, so ein, ja, so was Fährisches schon so ein bisschen aufzumachen, oder? Nach dem Einstieg habe ich noch gedacht, okay, er geht noch tiefer in diese Richtung und er geht noch mehr in diese Richtung, auch wie gesagt in Verbindung mit dem Wald, aber auch da, wie bei den vielen Elementen, lässt der Sog dann schon ziemlich schnell nach, fand ich. Und dann muss ich auch sagen, dass die 100 Minuten, dass da schon die ein oder andere Länge für mich auch spürbar war. Ja, ging mir auch so, weil das dann irgendwie auch nicht mehr genug genutzt wird. Also am Anfang habe ich fast gedacht, dass man irgendwie in so einem ASMR-Video ist, weil auch diese, also, ne, wenn Skalde mit ihren Händen durch die Erde fährt und das ist super auf, also super klar hört man das und das wird alles weniger. Auch die Tiefenunschärfe, die ist dann nicht mehr so da. Ich hätte mir dann, ist halt die Frage, der hätte dann, glaube ich, noch mehr in diese einfach nur Waldbetrachtung oder die Dorfbetrachtung irgendwie gehen können. Ja, was hypnotischeres, wenn sich dann, also es passieren ja auch dann durchaus Dinge, die dann so auf einem Level von einem Mystery-Thriller sind oder so und dann verschwinden Leute und das aber auch, ha, das entfaltet nie die Kraft, die es haben könnte oder die es vielleicht auch in dem Roman hat, wenn es denn in dem Roman vorkommt. Ja, auch weil da auch ja wieder ganz viel in der Schwebe bleibt. Also ich bin da auch immer irgendwie noch unsicher, ist das jetzt irgendwie eine clevere Entscheidung? Also es verschwinden dann halt Leute aus dem Dorf und das wird auch nicht mehr, also natürlich wird das aufgegriffen, aber wieso und was? Das erklärt wird eigentlich gar nicht erklärt. Haben für dich denn wenigstens die zentralen Figuren und die Schauspielerinnen, haben die für dich funktioniert? Also Mathilde Bunschuh spielt ja Skalde, Susanne Woll spielt Edith und Viola Hintz spielt Meses. Die drei, haben die für dich irgendwie eine, weiß ich nicht, hatten die eine Dynamik für dich? Ja, ich fand es am interessantesten eigentlich, wenn sich so die weiblichen Hauptfiguren, wenn die sich so zusammengeschlossen haben und quasi eine Allianz auch gegen den Dorfvorsteher oder gegen die Mechanismen dieser Dorfgemeinschaft da gebildet haben. So als Figuren an sich habe ich bei vielen das Problem bei dem Dorfvorsteher, bei vielen anderen aus dem Dorf sowieso, die wirklich manchmal einfach wie, wie so Aufstellfiguren hinter dem Dorfvorsteher stehen. Ich fand, das sah in einigen Szenen, auch wenn sie sich da vor dem Haus irgendwie aufbauen, richtig platziert aus. Von den Hauptdarstellern her fand ich es trotzdem in Ordnung, aber auch da diese Konflikte zwischen Mutter und Tochter oder was da auch in der Vergangenheit vorgefallen ist oder vielleicht auch die Beziehung zu dem Dorfvorsteher. Ach, aber auch das ist alles, das bleibt trotzdem alles so schwammig. Ja, das geht mir auch so. Ich finde, der ganze Film, der ist super unentschlossen. Also auch gerade die Figur, finde ich, von Susanne Wolf, ich finde, die macht mir viel zu wenig. Und auch diese Rückblenden, die werden ja eher sporadisch eingesetzt. Da habe ich gedacht, also entweder hätten sie sie ganz weglassen können oder damit viel mehr machen können, weil das Einzige, was die Konsequenz aus diesen Rückblenden ist, es wiederholt sich quasi so ein bisschen. Also was wir in den Rückblenden sehen, sehen wir dann auch noch mal in der aktuellen Zeit. Und das fand ich sehr schade. Der Film geht ja auch, finde ich, wenig über die Problembeschreibung hinaus. Also lässt sich sehr viel Zeit, diese Dynamiken alles zu schreiben, wir, die, etc. pp. Aber was dann die Konsequenz ist, auch in dieser Dorfgemeinschaft dann wieder weiterzuleben, ich finde, das wird auch zu wenig gemacht. Also es gibt ja so ein älteres, ich würde sagen, weiß ich nicht, eventuell lesbisches Paar oder einfach nur zwei enge Freundinnen, es könnte beides sein. Und mit denen hätte man ja wirklich so aufzeigen können, weil ich finde, die hatten ja schon so ein bisschen widerständigen Charakter, aber auch das bleibt ja voll im Wagen. Und dann, wenn es eigentlich, zumindest habe ich gedacht, für mich interessant wird, dann endet der Film. Weil eigentlich ist doch das Spannende, was dann passiert wäre oder was dann mit denen passiert sein wird. Nee, also ja, was ist die Zukunft? Das ist doch eigentlich das Interessante, oder? Ja, muss ich auch sagen, also nach dem Ende, ich fand das Ende auch gut, es hebt sich so ein bisschen ab von dem Rest, was man da vorgesehen hat. Aber ich glaube, dass es wahrscheinlich auch der Buchvorlage geschuldet und um was es da geht. Und ich kann mir einfach, ich habe die Buchvorlage nicht gelesen. Ich habe mal ein bisschen reingelesen in die ersten Seiten. Ich könnte mir vorstellen, dass das einfach in der Vorlage noch dichter erzählt ist, als es hier letztendlich inszeniert und aufbereitet ist. Ja, es ist halt schade. Ich meine, gerade ein Buch, da hat man ja auch viel mehr Zeit, irgendwie nochmal die Charaktere näher zu beleuchten und auch irgendwie so Nebenfiguren so ein bisschen vielleicht zu zeichnen, was ja hier halt wirklich einfach nicht gemacht wird. Und das ist schon schade. Und vielleicht auch dieses Waldthema, was ich am Anfang gesagt habe, noch stärker rauszukristallisieren. Oder, ja. Das ist mir auch, finde ich, zu kurz gekommen, dieses Leben in der Gemeinschaft. Also ich finde, man sieht immer so ab und zu, wie die irgendwie, also Skalde verteilt ja irgendwie, ich weiß gar nicht, ist das Öldreck oder was ist das eigentlich? Ich habe es gar nicht mehr auf dem Schirm. Ob das Benzin ist, was sie verteilt, oder Dünger, also güllemäßig, aber sowas, was da ist, ist sie quasi für zuständig. Und man sieht irgendwann nochmal so einen Apfelgarten. Aber einfach dieses Leben jenseits der Zivilisation, das erfordert ja ganz viel. Also ich meine, das ist ja auch was, was man bei Walking Dead ja auch mal sieht. Wie organisiert man sich in so einer Gemeinschaft, wenn alles andere, wo wir uns zum Glück drauf verlassen können, nicht da ist? Ja, aber das ist halt dieses, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesehen, dieses märchenhafte Setting. Also egal, ob sie es in der Zukunft oder irgendwann oder losgelöst von irgendeiner bestimmten Zeit jetzt spielt, es ist halt dieses, diese Welt existiert innerhalb von dieser Welt. Und vielleicht ist auch außen drum ja gar nichts Schlimmes passiert oder was weiß ich, aber diese Welt existiert halt einfach so. Ja und ich finde, das merkt man auch so in den Kostümen oder auch dem Make-up. Also am Anfang sieht man so zwei junge Mädchen, auf die es geile trifft und die haben so dreckverschmierte Gesichter, dass ich kurz gedacht habe, okay, die leben also irgendwie im Wald. Aber das tun sie ja gar nicht. Oder auch Susanne Wolf, die sieht ja wirklich aus wie so eine Hexe, so wird sie ja auch dann einmal benannt im Film. Aber das war auch so sehr, weiß ich nicht, wie machst du das Prototypische in so einer Gesellschaft? Mhm, mhm. Ja und da ist auch wieder diesen, wir haben, also als Märchenmotive, wir haben so die Hexe in anderen Zeichen, die, wir haben das Waisenkind, wir haben dieses Wolfsmotiv, was ja auch ein bisschen auf den Kopf gestellt wird, weil es nicht der, also weil natürlich die Durfbewohner sich in Anführungszeichen von dem großen bösen Wolf fürchten, es in Wahrheit dann aber vielleicht ein bisschen differenziert ist, aber auch diese Märchenmotive, die hängen so in der Luft. Ja, ich glaube, dann haben wir jetzt ganz viel schon genannt, wollen wir zum Fazit übergehen. Können wir gern machen. Paul, dann fass doch gern nochmal zusammen, deine Meinung zu Milchzähne. Tja, also um im titelgebenden Thema des Films zu bleiben, man muss sich trotz der überschaubaren Laufzeit von 100 Minuten schon durchbeißen und letztlich, ja, waren mir da einfach zu viele der Themen und auch Ansätze zu wenig ausgereift, trotz der einen oder anderen stimmungsvollen Aufnahme und einer irgendwie Atmosphäre, die ja märchenhaft ist, aber ohne, dass sie wirklich zauberhaft oder irgendwie magisch ist. Ich glaube, die Buchvorlage werde ich mal im Blick behalten und vielleicht auch, was die Regisseurin in einem ihrer nächsten Filme machen wird. Bei dem Film bin ich erstmal vorsichtig zurückhaltend. Das geht mir eh nicht. Also ich finde, ist das Potenzial da. Ich finde, es gibt einige Szenen, die ganz interessant sind und auch die Idee dahinter. Ich finde es auch schön, so einen deutschen Film zu sehen, der so ein bisschen mit dem Genre spielt, aber der ist dann halt irgendwie doch nicht genug. Also die Ansätze sind da, aber die werden dann irgendwie nicht ausgespielt. Ich musste auch während des Films, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, Animalia, ist ein französischer Film. Ja, ja. Der macht schon ein anderes Thema auf, aber mit ähnlichen, also es geht halt auch um so Ausgrenzung etc. pp. und auch um Erwachsenwerden. Ich finde, der macht das auch vor allem visuell deutlich besser, diese Natur mit einzufangen. Und das fehlt hier leider so ein bisschen. Ja, schade. Ich kann noch als letztes hier eine Empfehlung in den Ring werfen, wer noch eindringlicheres deutschsprachiges Kino sehen will, dem sei an dieser Stelle mal des Teufels Bart noch empfohlen. Da geht es auch so ein bisschen um eine Außenseiterin in einem historischen Setting. Der neue Film, der Ich-seh-ich-seh-RechisseurInnen, der läuft jetzt auch aktuell in den deutschen Kinos. Also der ist nochmal deutlich krasser in seiner Erzähl- und Inszenierungsweise, aber ich fand den auch gut. Sehr schön. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ganz los, ich habe tatsächlich, nachdem ich mir Milchzähne angeguckt habe, das neue Musikvideo von Soap & Skin angeguckt. Und das ist der Künstlername von Anna Plaschke, die die Hauptrolle in »Das Teufels Bart« spielt. So klein ist die Welt. Okay, falls ihr trotzdem Lust habt, euch Milchzähne im Kino anzugucken, könnt ihr das ab dem 21. November, vorausgesetzt, der läuft bei euch. Ich glaube nicht, dass der einen großen, breiten Kinostart bekommt, aber wahrscheinlich in den größeren Städten wird er bestimmt in einem Kino laufen. Ansonsten, den Tele-Stammtisch gibt es überall, wo es Likes gibt. Schaut gerne auf unserer Website vorbei. Ihr könnt die Folgen kommentieren und auch gerne bewerten. Und schaut auch gerne auf unserem Discord-Server vorbei. Sagt uns da auch gerne natürlich dann die Meinung zur Milchzähne oder anderen Filmen, die ihr geguckt habt. Vielleicht auch was, was in die Richtung geht. Wenn ihr sagt, okay, ihr habt jetzt den Trailer gesehen und ihr wurdet an einen Film erinnert, haut das gerne mal raus. Dann gucken wir uns das auch an, weil die Idee dahinter ist ja spannend. Und da gibt es bestimmt noch einige Filme, die in so eine Richtung gehen. Und dann würde ich jetzt Ciao, Ciao sagen und Paul dir das letzte Wort überlassen. Ich sage auch noch Tschüss und bis zum nächsten Mal. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.